Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial-Video hier in der Nextcloud-Serie. In dieser kümmern wir uns um den Client für zum Beispiel den Desktop oder die App für deine Smartphones. Denn nur die ermöglicht eigentlich eine wirklich coole und einfache Synchronisation der Daten deiner Nextcloud auf eben deine anderen Systeme. Wir haben ja hier schon die Nextcloud soweit installiert und sie läuft auch wunderbar. Was uns jetzt eben noch fehlt, ist eben ein Desktop-Client, der die Daten von hier auf unseren Rechner synchronisiert und umgekehrt. Dazu gehen wir einfach auf nextcloud.com und laden uns hier erstmal eben den passenden Client herunter. Sprich, wir gehen hier auf Get Nextcloud, sagen dann hier Desktop und Mobile Apps und wählen dann für unser Betriebssystem hier die passende Version aus. Für die Smartphone- und Tablet-Besitzer, die müssen hier nur noch eins weiterklicken und kriegen dann dementsprechend hier die passenden Download-Links zu den jeweiligen Stores. Wer Android nutzt, kann das Ganze zum Beispiel auch direkt von F-Droid herunterladen, muss also nicht unbedingt Google verwenden. Wir machen das Ganze hier mal als Beispiel auf dem Windows-PC. Es ist aber eigentlich eins zu eins auch identisch zu den anderen Plattformen bis auf das Installieren. Hier haben wir dann eine andere Datei auf den anderen Plattformen, die wir ausführen müssen. Mehr ist es nicht. Ich wähle hier einfach den Download an, hier in meinem Fall eben für Windows. Momentan ist die Version 3.0.3 die aktuellste. Also speichern wir die Excel-Datei kurz ab. Je nachdem, wie schnell die Download-Server sind, kann es einen kleinen Moment dauern. Heute sind sie nicht ganz so flott. So, dann brauchen wir die Seite hier eigentlich nicht mehr. Führen wir mal die Excel-Datei aus und installieren das Ganze kurz. Einmal auf Ja. Wir drücken dann hier auf Weiter. Können dann hier noch sagen, wie wir das Ganze in unser System einpflegen möchten. Ich würde auf jeden Fall hier die Integration in den Windows Explorer aktiv lassen. Auf Windows-Basis, versteht sich. Die anderen Plattformen haben das eigentlich nicht. Hat einfach den Vorteil, dass wir hier gleich einen Shortcut zu dem betroffenen Ordner bekommen. Wir gehen auf Weiter. Installationspfad können wir anpassen, wenn wir möchten. Standard gemäß passt das. Installieren. Und dann wird der Client hier auch installiert. Sollte einen kleinen Moment in Anspruch nehmen. Und dann können wir hier auf Weiter drücken. Wir können dann den Nextcloud-Client direkt starten. Jawohl, macht das. Dann können wir hier den Explorer nochmal schließen. Hier im Hintergrund hat sich dann schon das erste Setup aufgemacht. Und ab diesem Schritt hier ist es auch wieder plattformübergreifend. Zumindest von dem Desktop-Betriebssystem her gleich. Auch die Mobile-Apps müssen hier exakt dieselben Daten jetzt angeben. Dort ist es eben nur auf die mobile Ansicht etwas angepasst. Aber der Funktionsumfang an sich ist komplett identisch. Was müssen wir tun? Wir müssen hier auf Anmelden klicken. und dann die Adresse zu unserer Nextcloud angeben. Und je nachdem, ob wir hier noch einen Port eben definiert haben, für den Webserver, der nicht 80 bzw. 443 ist, müssen wir den natürlich noch mit angeben. Das Einfachste, was wir machen können, wir machen hier den Browser nochmal auf und kopieren hier oben einfach den Link zu unserer Nextcloud aus. Also dahinter das index.php, bla bla bla, das brauchen wir nicht. Und fügen diesen hier ein. Also begonnen mit https, doppel Punkt, doppel Slash. Und dann die Adresse zu unserer Cloud. Wer das Ganze bei sich zu Hause im Netzwerk macht und keine Domain vergeben hat, der trägt hier eben die IP-Adresse ein. Also 192, 168 Punkt, was auch immer. Er erkennt jetzt hier auch, da wir mit https beginnen automatisch, dass es hier eine verschlüsselte Verbindung ist. Das ist schon mal sehr gut. Wenn wir hier jetzt nur mit http arbeiten, dann sagt er, Moment, ja, ist nicht so sicher, als wenn mit https funktioniert, aber ist halt nicht super sicher. Fürs Netz zu Hause, wer die ganze Cloud nur eben lokal betreibt, absolut kein Problem. Wir haben es ja öffentlich verfügbar, deswegen mit S, dass wir das Ganze sicher machen können. Wir gehen auf Weiter und er gibt uns dann zwei Möglichkeiten. Deswegen kommt hier das Fenster. Hey, wir können das Ganze über den Browser direkt abwickeln oder wir müssen dann einen Link kopieren. Wir sagen hier einfach, öffne das Ganze mal im Browser. Er wird uns dementsprechend hier den Browser automatisch öffnen mit dem Link der Wolke und wird uns jetzt hier veranlassen, uns anzumelden. Sprich, wir drücken hier auf Anmelden, sagen dann hier Zugriff gewähren und damit haben wir den Client erfolgreich verbunden. Es kann der Fall sein, dass ihr hier eure Login-Daten noch einmal angeben müsst. Das passiert eben mal, wenn ihr automatisch von der Nextcloud abgemeldet wurdet, macht nichts, geht dann dementsprechend einfach eure Zugangsdaten noch einmal an und dann könnt ihr hier euch durchklicken. Gucken wir in den Client, hat sich jetzt hier auch das Bild geändert, denn wir sind jetzt einen Schritt weiter. Wir können jetzt noch festlegen, was synchronisiert werden soll und wohin. Zum einen sagt ihr hier, ja, ich synchronisiere dir erstmal alles. Das können wir auch steigendemäß mal so lassen. Wenn ihr aber schon wisst, ihr habt da Daten hochgeladen, die müssen nicht unbedingt noch auf dem Rechner runtergeladen werden oder zum Beispiel auf eurem Mobilfunktelefon, können wir hier den Punkt setzen. Dann macht ihr uns hier ein neues Fenster auf und wir können dann hier eben auswählen, welche Ordner synchronisiert werden sollen. Ich kann hier alles abhaken und kann dann nur sagen, synchronisiere mir den Ordner Fotos. Wichtig dabei, und das machen viele falsch, vor allem mit der Interpretation, ich wähle jetzt hier nur den Ordner Fotos an und dann bitte ich hier den Ordner Fotos inklusive den Daten darüber noch synchronisieren. Also alles, was in diesem Hauptordner Nextcloud liegt, wird dann noch synchronisiert, inklusive der Ordner Fotos. Alle anderen Ordner, also hier den Dokumenteordner, den es jetzt nur noch gibt, der wird nicht synchronisiert. Wer also etwas, ja, Ordnung halten möchte in seiner Nextcloud, der legt sich erstmal noch einen Ordner privates Zeugs oder sowas an und schiebt dort eben seine privaten Daten rein und lagert nichts direkt im Hauptordner von Nextcloud aus. Wenn wir alles synchronisieren lassen möchten, können wir hier sagen, wenn etwas größer ist als 500 MB, dann soll das Ganze bestätigt werden. Wenn ihr zum Beispiel unterwegs seid und über mobile Daten irgendwo im Netz seid, kann das mal hilfreich sein. Zu Hause im lokalen Netz macht es keinen Sinn, also machen wir den Haken raus. Und wer externe Speicher mal angebunden hat, was wir in weiteren Videos einbinden werden, können wir hier auch noch eine Erlaubnisanfrage einholen, wenn diese synchronisiert werden sollen. Kann Sinn machen, muss aber nicht. Soweit ihr das Ganze hier so perfekt eingeschaltet habt, wie ihr es braucht und es ausgewählt habt, was ihr synchronisieren lassen möchtet, wählen wir noch einen Speicherpfad aus, wo das Ganze hin soll. Wir können hier drauf drücken und dann können wir einen Ordner oder Pfad eben angeben, wo unsere Nextcloud-Daten gespeichert werden sollen. Standardgemäß wird das Ganze hier eben im Benutzerverzeichnis drin gespeichert, also hier C, Benutzer und dann dementsprechend euer Benutzername hier. Und dann gibt es hier dann einen Ordner Nextcloud, wenn wir gleich weiter drücken, der dann angelegt wird, wo alle Daten drin landen. Wenn ihr weitere Festplatten zum Beispiel an euren Rechner angeschossen habt, könnt ihr auch diese auswählen, um dort eben eure Daten abzulegen. Oder ihr könnt auch hier einen Dokumenteordner auswählen, wo das Ganze dann hingeschoben wird. Für mich passt das Ganze mal. Ich gehe hier auf Verbinden und dann wird das Ganze auch gestartet. Die Daten werden synchronisiert und ich kann nun loslegen. Ich habe hier in der Taskleiste nun ein kleiner grüner Haken. Das ist eben der Kleine an sich. Ich kann den einmal anklicken. Dann kriege ich hier in der neueren Version so eine aktuelle Übersicht, was gemacht wurde, angezeigt. Ich kann hier dann auch meine verschiedenen Nextcloud-Konten auswählen, soweit ich mehrere verbunden habe. Und ich habe hier eben Shortcuts direkt zu meinen Daten. Dann macht er mir hier direkt den Explorer auf mit den Daten. Und ich habe hier eben noch weiteres. Dann kann ich hier direkt zum Dashboard, zu meinen Daten, zu meinen Fotos oder zu meinen Aktivitäten gelangen. Oder zu mehr, wenn ich eben noch mehr Apps installiert habe. Ich kann hier auch einen Rechtsklick drauf machen und komme dann hier in die Einstellungen. Dann kriege ich hier das quasi alte Fenster angezeigt vom Client selbst. Und hier kann ich dann zum einen nochmal selber bestimmen, was synchronisiert werden soll. Soweit es dann hier so aussehen soll und ihr kriegt hier nichts angezeigt. Es ist einfach nur eingeklappt. Wir können das Ganze dann hier auch noch aufklappen, soweit hier mehrere Daten noch drin werden. Was wir eben nicht angezeigt bekommen sind, ist die Daten selbst, sondern nur die Ordner. Ich kann hier auch über die drei Punkte den Ordner direkt eröffnen. Wir können ignorierte Daten bearbeiten. Wir können die Synchronisation jetzt erzwingen. Ansonsten macht das nur alle paar Minuten. Wir können die Synchronisation pausieren. Dann synchronisiert er nichts mehr mit dem Rechner und der Cloud. Und wir können hier den gesamten Ordner aus der Synchronisation rauswerfen. Dann herrscht Fuchsstelle. Wir können auch Ordner hier hinzufügen zur Synchronisation. Wir drücken einfach drauf und können dann hier einen neuen Speicherpfad angeben. Über allgemein haben wir dann eben noch Client-Einstellungen selber, die wir hier pro Client spezifisch festlegen können. Wir können sagen, er soll beim Windows-Start gleich mitstarten. Wir wollen Benachrichtigungen sehen, monochrome Symbole, wer es mag. Hier eben das Ganze nochmal mit dem Bestätigen von großen Daten oder externen Speichern. Und hier unten noch die Möglichkeit eben zu checken, ob es Updates für den Client gibt oder nicht. Über den Bereich Netzwerk haben wir dann noch die Möglichkeit, eine Proxy zu konfigurieren oder ein Bandbreiten-Limit, soweit wir eben hier irgendwo noch die Bandbreite schonen müssen. Wenn ihr weitere Accounts noch hinzugefügt habt, dann gibt es hier oben auch weitere Einträge wie jetzt hier mein Tutorial-Account eben. Dann können wir da hin und her switchen und können eben für jede angebundene Nextcloud dann eben hier die Einstellungen und die Synchronisation frei anpassen. Wir haben hier auch direkt den Link. Drücken wir den an, macht es uns den Browser auf und wir landen wieder in unserer Nextcloud. Im Hintergrund habe ich ja noch den Explorer offen. Dort auch noch ein paar kleine Worte dazu. Zum einen sehen wir hier die Daten, die er jetzt automatisch schon synchronisiert hat. Wir können die dann auch anklicken. Machen wir hier einfach mal das PDF auf. Ich mache es hier mal mit Firefox auf und dann können wir hier das PDF betrachten. Das Ganze auch mit den Bildern und mit den Videos, die eben hier als Beispiel hochgeladen sind. Ihr seht auch hier auf der linken Seite haben wir jetzt hier den Eintrag Nextcloud hinzubekommen. Das ist eben das aus der Installation. Dann haben wir hier direkt einen Schnellzugriff auf unsere Cloud-Daten. Ansonsten müssten wir dann hier immer über C, Benutzer, höre ich hier in dem Fall, eben mein Benutzername. Und dann haben wir hier eben den Nextcloud-Ordner. Das könnt ihr ausblenden lassen über die Einstellungen des Clients, wenn es euch nervt. Allgemein. Und dann hier Synchronisationsordner im Navigationsbereich des Explorers einzeigen. Einfach wegmachen und schwupps ist es weg. Ich habe es gerne drin. Es sei denn, ich habe hier bei Schnellzugriff was selber mal hinterlegt. Einfach, dass ich direkt den passenden Ordner im Zugriff habe. Noch ein kurzes Beispiel eben zur Synchronisation. Gehen wir einfach hin und sagen hier Reasons to use Nextcloud. Die PDF, die brauche ich nicht mehr. Ich sage löschen. Dann wird das Ganze gelöscht. Über den Client sehen wir dann auch jetzt sofort, er hat die Datei nun gelöscht. Beziehungsweise ich habe die Datei gelöscht. Und das Ganze hat er jetzt auch hochsynchronisiert. Gehe ich zurück in meine Nextcloud. Den Tab kann ich schließen. Gehe mal auf meine Daten. Ja, fehlt diese PDF auch hier. Wir können hier bei gelöschte Dateien reingucken und hier finden wir die Datei wieder. Könnten die jetzt wieder herstellen, können aber auch hier dann sagen, Datei endgültig löschen und dann ist sie weg. So, das war es zum Client. Von der Einrichtung her ist es jetzt plattformübergreifend gleich. Also wenn ihr auf dem Smartphone das Ganze beispielsweise einrichten möchtet, laset euch die App runter, startet sie, gebt auch dort wieder die URL zur Nextcloud an, gebt eure Login-Daten an, dort wird sich auch ein Browser öffnen und sagen, hey, log dich damit ein, drückt auf OK oder Zugriff gewähren in dem Fall und dann wird auch dort die App automatisch angemeldet. Ihr könnt auch dort dann auswählen, welche Daten synchronisiert werden sollen und welche nicht und könnt dementsprechend dafür sorgen, dass plattformübergreifend alle notwendigen Daten zur Verfügung stehen. Ich hoffe, das kleine Video hier hat geholfen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, drückt das Däumchen nach oben, hinterlassen ein Abo, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr zu Nextcloud. Und wenn noch Fragen da sind, gibt es unten die Videokommentare. Wenn ihr weitere Probleme habt, wendet euch an die Nextcloud-Community. Die kann euch dort gerne und sehr schnell vor allem weiterhelfen und ihr könnt damit eure Probleme sehr schnell lösen. Bis dahin, viel Spaß mit Nextcloud und dem Client und haut rein.